Erstens fühle ich mich in der SPD nach wie vor beheimatet, bin es auch 40 Jahre. Zweitens glaube ich, dass eine Partei mehr sein muss als eine Ein-Themen-Partei. Drittens bin ich allerdings der Meinung, das sage ich auch ganz offen, dass nach der spezifischen Währungsfrage die AfD gegenwärtig mehr der fachliche Kompetenz in ihren Reihen versammelt, als wir in den Spitzen von CDU, CSU und SPD zusammenfinden.